Damit im Augenblick Aufrang 1, Larissa Lukianenko mit 9,775. Irina Deliano aus Rumänien, gestern siebte im Meerkampf, 16 Jahre, auch groß gewachsen, 1,73 bei 50 Kilogramm. Fünfte der Weltmeisterschaften im Meerkampf, damit war sie in Athen, beste Gymnastin, die nicht aus Bulgarien und der damals noch existierenden Sowjetunion kam. Sehr ausdrücksstark, spielt mit dem Ball, versucht irgendeine Geschichte zu erzählen. Die Choreografie in ihrer Übung sind immer etwas Besonderes, also nicht zu vergleichen mit irgendwelchen anderen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war ein paar Zahnschlüsse. Zum Schluss, doch noch ein Fehler bei Irina Deliano aus Rumänien.